Guten Tag! In dieser Lerneinheit zum Thema Open Data lernen Sie die Hintergründe und Methoden kennen, die Sie für die Arbeit mit offenen Daten benötigen, um Ihr enormes Potenzial für sich nutzbar zu machen. Denn offene Daten beinhalten wertvolle Informationen, die Ihnen bei vielen gesellschaftlich relevanten, braunbezogenen Fragestellungen helfen können. Im Allgemeinen versteht man unter offenen Daten solche, die jedem zugänglich sind und jeder nutzen, modifizieren und weitergeben kann. Zu jedem Zweck auch kommerziell. Dies muss durch eine entsprechende Datenlizenz garantiert sein. Die Nutzung der Daten ist kostenlos, eventuell mit Ausnahme von geringfügigen Bereitstellungsgebühren. Außerdem sollten die Daten in maschinennießbaren, allgemein verständlichen Datenformaten vorliegen. Im Zusammenhang mit Open Data wird oft von einer Bewegung gesprochen, die sich in Form einer neuen Offenheit in verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft manifestiert. In Staat und Verwaltung geschieht dies unter der Bezeichnung Open Government oder Open Government Data. In der Wissenschaft spricht man von Open Science oder Open Research Data. Auch beteiligen sich Unternehmen, nichtstaatliche Organisationen und allgemein nützige Projekte, die oft von engagierten Bürgern gestaltet werden. Prominenteses Beispiel hierfür dürfte wohl das Open Street Map sein, die offene Weltkarte. Wir möchten uns dazu einige Beispiele ansehen. Die Stadt Soest in Nordrhein-Westfalen zählt zu den Kommunen, die umfangreiche Geobasis-Daten im Internet unter der Datendlizenz Deutschland SEO Version 2.0 veröffentlichen. Auf höherer Verwaltungsebene werden umfassende Datenkataloge angeboten, wie zum Beispiel die M-Cloud, eine Mobilitätsdaten-Recherche-Plattform des BMVI. Oder auch GovData, das gesamtdeutsche Portal für offene Regierungsdaten. Im Zuge des Horizon 2020-Programms baut die EU eine Open Access-Infrastruktur für die Forschung, genannt OpenAire, auf. Dies ermöglicht den Zugriff auf europaweite Publikationen und Forschungsdaten. Viele Forschungs- und Einrichtungen unterhalten eigene Datenportale, wie zum Beispiel die Kernforschungsorganisation CERN in der Schweiz oder das Institut für Küstenforschung in Geestach, Norddeutschland. Hier sehen Sie Beispiele für Open Data Portale außerhalb von Staat und Gesellschaft, wie zum Beispiel die Deutsche Bahn AG. Berühmt ist außerdem das Projekt OpenStreetMap, bei dem auch viele Freiwillige an einer freien Weltkarte mitwirken. Ein anders offenes Projekt ist OpenSenseMap, wobei in Deutschland und Europa verteilte Sensebox-Sensoren in Echtzeit Messwerte aus der Luft veröffentlichen, die zur freien Download verfügbar sind. Falls Sie nun neugierig auf weitere Datenportale geworden sind, besuchen Sie doch unser Open Data Suchportal, wo wir mehrere hundert Datenangebote für Sie recherchiert haben. Hier sind eine Vielzahl von Open Data Portalen beschrieben und verlinkt, ergänzt durch Umwelt- und Statistikportale, sowie Bürgerinitiativen auf internationaler, nationaler, regionaler und kommunaler Ebene. In der Nerneinheit werden Sie lernen, Daten zu recherchieren, diese für von Ihnen definierte Fragestellungen zu nutzen und dabei räumliche Analysen wie die Sozialisierung durchzuführen. OpenGeoEDU ist ein vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Modernitätsfonds gefördertes Verbundprojekt unter Führung der Professur für Geodäsie und Geoinformatik an der Universität Rostock. Untertitelung des ZDF für Geodäsie und Geoinformatik an der Universität Rostock.